Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Olli ist auch hier mit dabei, hier ist er, wir haben jetzt auch gerade für Olli gedrillt, Leute, schaut dort unbedingt vorbei, da gibt es mehr, ich bin heute nur in einem kleinen Vlog, der ist jetzt einfach so, wir haben einfach die Polizei, wir haben auf dem Spielplatz Fußball gespielt, guckt bei Olli vorbei, da seht ihr es, Link ist in der Beschreibung, das Video, ja und da kommt die Polizei auf uns zu, wir haben erst gedacht, ja ja, vielleicht der Gymnastikball oder irgendwas, wenn wir da irgendwie Mist gebaut haben, Paul so, Paul so, Paul direkt so, stand mit Armen oben da, der hat gesagt, alles gut, alles gut, habt ihr so einen Mann gesehen, der mit Hausschlappen durch, und mit Nachthemd durch Bonavestia streicht, habt ihr so einen gesehen, wir haben gesagt, nein, 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 dann hat er halt nur noch gesagt, wir sollen 1-1-0 anrufen, wenn wir ihn sehen, und dann wirklich perfekt, eine Minute, zwei Minuten später, und ich so, da ist er, da ist er, ja, und dann läuft er dort, ich gehe hin, so, ja, hallo, ja, hallo, warte, ich nehme es noch, ja, hallo, äh, woher kommen Sie denn, und so, der so, wen suchen Sie denn, ich gehe jetzt mal nach Hause, und dann sind wir weitergegangen, und hat eine blutige Hand gehabt, ja, da kannst du ja alles sehen, und der ist dann, der ist dann wirklich, warte, warte, der ist dann wirklich schneller gelaufen, das ging gerade nicht, ich kann es nicht reden, ähm, schneller, 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 und schneller, und schneller, und schneller gelaufen, und dann hat er gedacht, er rennt vor uns weg, wenn er wirklich nicht gerannt, wäre ich natürlich hinterhergerannt, aber ich hätte ihm jetzt auch nicht wehgetan, dann haben wir einen Mann angesprochen, der uns helfen sollte, ja, das ist schon traurig von solchen Menschen, aber der hatte, der hat, wo wir angekommen, wen sucht ihr denn, als ob der das gewusst hätte, aber hat er nicht, der, der hat, weil wir so perplex auf den drauf zukamen, na, der hat sich auch erschrocken, weil ich so angerannt kam, weil, ich, ich bin ja einer, der erschreckt sich da ja, und so, irgendwie so, mir ging auf den Punkt, und ich so, hallo, hallo, und dann hat die Polizei natürlich von uns die Personalien aufgenommen, und alles, haben die dann halt mitgenommen, denen geht es wieder gut, er ist wahrscheinlich jetzt wieder in seinem, heim, wird heim, und wird hier behandelt mit seiner Hand, also wir haben es schon so ausgemalt, wo der war, hier müssen wir auch nicht, aber, ja, Leute, und dann hat die Polizei, und Oliver, kann der sein Geburtsdatum nicht sagen, weil, ich, ich hab, ich hab so, wann sind, wann sind sie denn geboren, er so, ich so, äh, äh, wann denn, hä, und dann, und dann, so zwei, drei Minuten später sagt Oliver, ach ja, ich hab meine Schülerausweis in der Tasche, ich hab so gedacht, Brudi, hör doch auf, und, ja, und dann sind wir jetzt noch am Spielplatz, das Video, und schaut alle bei HeyOli vorbei, abonnieren, Glocke aktivieren, auch bei mir bitte, und liken, und dann haut rein, ciao!